ARD Text im Auftrag von funk Der Wiener ist der Wagen mit einem 70er-Gauch und kommt der Bohr auf der Dostoye. Guter Ball in die Kasse. Das ist der Sitz! Mit Augenmaß hat unglaublich viel Zeit und Platz und der Schick ertritt. Er bringt ihn. Da ist es passiert. Sofort wieder aus. Das sieht vielversprechend aus. Und wenn er versucht, der ist drin. Unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Er hält drauf. Aufwärmliche Waffen für Akkor. Und damit, damit dürfen Sie durchfallen. Einige oder andere Tore geschossen, aber am Ende haben sie diesen knappen Vorsprung unter die Zeit gerettet. In Zweifel, ich bin... Daniel Calizuri. Ja, das könnte... Das könnte was werden. Das könnte der Ballesim jetzt. Da ist die Möglichkeit. Situation. In diesem Schockzustand. Noch mal zurückschlagen. Wie der sich hoch drin, das Ding. Von seiner Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt. Aber wie er seinen Körper da einsetzt, das ist eine Augenweide. So alt. Die Partie ist beendet. G瞻, wenn ich darf. Jetzt aber. です Dimming einfach, Und drin! Und 1 zu 0! Kühl und abgeklärt vorbei. Er bringt das Ding. Er springt hoch, zuckt er, ist drin! Zieht den Ball nach hinten. Er hält und dreht das Ding! Das Spiel war bis zum Ende spannend. Das hier ist Marcel Savita. Jetzt gibt es Wicke, das ist riesig. Und Platz! Aber das Butter ist in der Luft. Und Freunde, das geht! Bayern München ist riesig! Und... Sie können nicht vergeben, ein Schuss! Jetzt aber! Da ist er drin! Bayern kommt vor's Tor! Schießt ihn auf's Tor! Drin, das Ding! Da hat das Training einfach gefehlt! Er hat ihn! Versucht ihn nach... Per Kopf! ... ... ... Sie hatten einfach nur einen Tick konsequenter. Das ist die Möglichkeit. Der Ball ist ange, das könnte man fragen, was ist denn? Als nächstes, es geht um Freischluss und das auch zurecht. Und er zieht durch. Ja, und nochmal. Und noch eine Chance. Passt. Ja, und guter Ball. Doch, er zieht durch. Das war's. Der Ball. Den War. Das war's. Das war's. Das war's. Der Ball. Der Ball. Untertitelung des ZDF, 2020